Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ja, wir haben uns jetzt hier in das Haus geschlichen. Das heißt geschlichen, aber geflüchtet eher. Jetzt durchsuchen wir erstmal alles, aber hier wird es nicht viel geben. Das ist ja kein Wunder. Das ist auch kein Wunder. Ach Gott. Tja, er weiß ja jetzt auch, dass er auch ein Kind gewohnt hat mit, aber das wahrscheinlich tot ist. Ja, das ist ja schon logisch. Also es wird ja bestimmt fast alles ausgeplündert sein, die ganzen Häuser. Ich glaube, wenn man am verhungern ist, dann isst man so ziemlich alles. Also auch Hundefutter. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, was sollen die auch mit so einem Tisch? Also würde ich nicht plündern, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, gerade jetzt. Ich muss mich nicht fröhlich bleiben. Wie kommt es? Hey, Leute. Wie sieht die Haus? Hey, Leute. Ich habe noch nicht zu suchen den ersten Boden, aber so far, so gut. Wie ist die Kälte, Omi? Wie fühlt sich das Kälte noch besser? Ich bin gut. Glaub ich nicht, dass es ihm so besonders geht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wie ist die Kälte, Omi? Gut, sehen wir erst mal weiter. Wir müssen ja natürlich erst mal alle Zimmer durchsuchen. Kann ja noch Walker drinstecken. Was ist das hier im Bild? Ja. Nee, meiner auch nicht. Das ist anscheinend die Familie, die hier gelebt hat. Oh. Hm, tut einem leid. Sind bestimmt alle tot. Gut. Nee, nix weit. Dann gehen wir jetzt auch hin. Die großen Augen wie Untertassen. Da wäre ich aber auch erschrocken gewesen. Wenn da plötzlich so ein... Ernst denn ich das? Dass sowas kommt? Nein, nicht wirklich. Aber wenn der Whisky... Wenn das hochprozentig ist, könnte es ja zum Desinfizieren gut sein. Ja, dann kommen sie nicht. Komm an, ihr neugierst. Ja, das. Ah, jetzt weiß ich wieder, was kommt. Nichts Schönes. Da habe ich ehrlich gesagt gedacht, ob er sich jetzt vielleicht umgebracht hat oder so, auf den Dachboden erhängt oder man weiß es ja nicht. Nachdem was er erlebt hat, wäre das ja kein Wunder. Oh, Jesus. What the hell is that? Oh, mein Gott. Hm. Ach Gott. Mein erster Gedanke war der Duck. Sieht aus wie Duck. Kind of looks like Duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. I can't ask you to do this, man. I'll take care of it. Like I did before. Ja, das ist das Beste. Das würde ich jetzt auch nicht von Kenny verlangen, sowas. Hm, stimmt. Oh Gott. Oh Gott, das arme Kind. Oh Gott. Oh Gott, das arme Kind. We should bury him. No. I'll take care of it. Untertitelung. BR 2018 Ja, das ist wirklich schlimm, diese Welt. Da können wir eigentlich wirklich von Glück reden, was für einer Welt wir jetzt leben. Und können nur hoffen, dass uns nie eine Apokalypse trifft, egal auf welche Art und Weise. Ob es halt nun durch auch so eine Krankheit oder sei es Atombomben, Krieg, irgendwas anderes ist. Können wir nur hoffen, dass wir davon verschuht bleiben. Aber egal, was es für eine Apokalypse sein wird, das wird trotzdem viele Opfer bringen. Oh, genau, mit seinem Hundchen begraben. Ach so, le traurige Stimmung. So, le traurige Stimmung. Hey! Hey! Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? Na, warum soll man da lügen? Na, warum soll man da lügen? A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. Eigentlich eindurch ein Mann. Das war aber mit Sicherheit. Was it a man? Kimi? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Was ist all die Ruckus? Lee sah jemanden uns aus der Garten. Was? Wer? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin sicher. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. Alright, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. We only checked the house to make sure it's secure. We didn't really toss the place. We're low on food, water, meds, ammo. We should make sure there's nothing here we can use before we move out. Well, you search it if you want. I'm done with this house. We came to this city to find a boat, and that's just what I'm gonna do. Maybe it's not such a bad idea to check the place where you want. I said, I'm done with this house. Ah, weg. Wir wissen ja, warum er dich noch zu voll von dem Haus hat. You take one last look around the place. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. We need to focus on finding a boat right now, Clem. Like we talked about on the train, remember? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? And that's how he wants to live. Good. But it's just... ... 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 Das ist ein bisschen tollpatschig halt. Dass Kenny überhaupt noch Lebensmut hat, beziehungsweise immer noch das Boot finden will, finde ich erstaunlich. Also wenn ich meine Familie verlieren würde, also ich wäre dann nicht mehr, dass ich da... Also ich weiß nicht, ich würde mich aufgeben, glaube ich. Ja, schon wieder. Da sind sie doch. Laufen wir, die Bekloppten? Ja? Was in der Hölle ist passiert? Ich weiß nicht, ob die Person der Bekloppte kann uns ein Vergnügen. Alles klar, Mann. Wenn ich jemanden das mache, werde ich ihre Bekloppte für sie. Hm. Wie die letzte da kriecht. Let's keep moving. Tja, das sieht nicht gut aus. Es muss ein Boot sein. Es muss sein. Es muss sein. Oh mein Gott. Tja, das sieht nicht gut aus. Es muss ein Boot sein. Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein. Vielleicht müssen wir anfangen, über den Plan B. Das ist der Plan. Es ist der Plan. Es ist der einzige, die wir haben. Und du auf den anderen in fronten, wie du in der Haus habe, nicht genau helfen. Dann, schau dich. Ich bin nicht so leicht. Du muss einfach ein Boot sein. Das kann man so eine Abitanzierungprobleme. Ich möchte einen Teil davon machen. Ich kann noch ein Geld machen. Das ist überhaupt nicht's. Ich bin nicht sicher. Oh, ja? Ja, wie soll denn das Boot noch zu retten sein? Gut, aber das machen wir wieder im nächsten Part.